Die Ultraschallsensoren mit IO-Link von IFM. Die Lösung für schwierige Oberflächen. Zuverlässige Sensoren sind in der Fördertechnik unabdingbar. IFM bietet hierfür unter anderem präzise Ultraschallsensoren an. Diese können an Förderbändern zur Erfassung unterschiedlichster Objekte genutzt werden. Ultraschallsensoren senden Schall aus, der von vorbeifahrenden Objekten reflektiert wird. Sie eignen sich besonders für anspruchsvolle Objekte wie flache, glänzende und transparente Gegenstände. Unabhängig von Form, Farbe und Struktur. Doch unsere Sensoren können noch mehr. Durch den Einsatz eines Reflektors werden Objekte lageunabhängig erfasst. Auch schallabsorbierende Objekte werden auf diese Weise problemlos erkannt. Selbst eine präzise Durchmessererfassung ist mit IFM-Ultraschallsensoren möglich. Ein weiteres Anwendungsgebiet für Ultraschallsensoren ist die kontinuierliche Füllstandserfassung mit IO-Link in Tanks. Für unterschiedlich große Tanks bieten wir Sensoren mit verschiedenen Reichweiten an. Beim Einsatz in Tanks ist es wichtig, dass der Schall nicht an die Innenwand stößt und die Messung negativ beeinflusst. Eine Soundtube kann dieses Problem lösen. Mit diesem Zubehör wird eine schmalere Schallkeule erzeugt. Selbst für Tanks mit noch größerem Fassungsvolumen bieten wir die passenden Sensoren mit Reichweiten bis zu 8 Metern an. Mit IO-Link kann die Breite der Schallkeule ganz einfach verkleinert und wieder vergrößert werden. Ultraschallsensoren mit IO-Link von IFM – ausgerüstet für jede Reichweite. Überzeugt? Erfahren Sie mehr über Ultraschallsensoren auf unserer Website.